Du bist's. Bist du dabei? Gut, es ist Zeit. Mit Verlaub, Zeit für was? Zeit, alle Welten gegen Odin zu vereinen. Ein für allemal. Tyr wollte die Welten vereinen. Der echte Tyr. Alle liebten ihn. Und selbst er scheiterte. Dann sollten wir nicht scheitern, sonst werden wir die Letzten gewesen sein. Dies ist Ragnarök. Und Odin kennt bereits jeden verdammten Plan, den wir haben. Ja, uns fehlt das Überraschungsmoment. Außerdem haben wir nur einen Weg nach Asgard und er ist nicht subtil. Geht, Laron. Das heißt, wir kommen von Tyr's Tempel. Hier. Asgards Mauer ist hier. Odins Schar an Einherja wird den Zwischenraum verteidigen. Was heißt, dass wir Armeen brauchen? So viele, wie sich mit uns erheben. Und zwar mehr als Odin erwartet. Damit gelangen wir vor die Mauer. Um sie zu durchbrechen, benötigen wir Sutr. Ratataskr gab uns inzwischen dies. Wir drei werden kämen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Vorzüglich. Verbündete. Wen haben wir denn zur Wahl? Ich reise nach Helheim und versuche es mit der Armee der Toten. Und ich gehe nach Alfheim und vereine die Alben. Einfach so. Die Alben vereinen. Nach Jahrhunderten des Kriegs. Naja, bin sehr beliebt in Alfheim. Und du? Nach Wannerheim? Ja. Ich hole Sigrun und sammle die freien Walküren. Midgard hat keine Armee. Auch nicht Nivelheim und Jötenheim. Dann bleibt nur noch Svartalfheim. Ich gehe nach Svartalfheim. Sindri. Bist du sicher? Ich sag dir, ich gehe. So sei es. Viel Glück uns allen. Auf nach Muspelheim, den letzten Feuerriesen suchen. Da beneide ich ja fast die anderen um ihre unmöglichen Missionen. Her mit dieser Svartalfheim-Schlacke. Ich kann was draus machen. Ich wusste, wir haben etwas vergessen. Du brauchst es? Ich hab es. Gnadenlos. Zeit für etwas Magie. Und für den Kleinen? Hm. Was soll's sein? Hallo. Ich wollte nur, dass ihr wisst, falls ihr irgendetwas braucht. Dann bin ich da. Entweder hier oder in Brocks und Sindris alten Läden. Ich weiß, wir fühlen uns heute alle ziemlich zerrissen. Aber ich brauche die Beschäftigung. oder? Nein? Nein. Was ist das? 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 Vielen Dank. Wir kommen dann wieder zu euch. Hey, ich glaube ich sehe dahinten Sutturs Schmiede. Sutturs Frau. Wo ist sie? Ich glaube ich. Ich glaube ich. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Ob Sie Ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege gingen, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen Sie, warum jetzt Zeit für Ragnarik ist. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören. 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 Das war's. Wir suchen einen Feuerriesen. Hinfort. Was ist passiert? Hey! Das war nichts! Erst kümmert wir uns hier rum! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020